Entsteht Natursauerteig wirklich von ganz alleine oder sollte man sich lieber exakt an ein Rezept halten? Ich behaupte jetzt einfach mal, man muss nichts weiter tun als Mehl und Wasser mischen. Dann noch warten, fertig ist der Sauerteig. Liest man hingegen in der Literatur, was man alles beachten muss, dann kann einem schnell die Laune vergehen. Das kann ganz schön anstrengend werden. Ich möchte testen, was von den gängigen Regeln wirklich Sinn ergibt, indem ich jede einzelne davon ignoriere und schaue, ob ich es trotzdem schaffe, einen schönen, blubbernden Sauerteig anzusetzen. Die am weitesten verbreiteten Regeln sind diese vier. Erstens, man muss unbedingt Bio-Vollkornmehl nehmen, weil alle anderen Mehle tot sind. Die Theorie dahinter ist, dass weniger Pestizid- und Herbizideinsatz die Mikroben auf den Biokörnern bewahren. Da diese vor allen Dingen auf den Schalenanteilen leben, sollen helle Mehle schlechter sein, denn bei diesen wurden die Schalenanteile ja schon entfernt. Dass Bio-Vollkornmehl funktionieren, kann ich hier schon mal bestätigen. Das habe ich schon mehrfach gemacht. Keine Ahnung aber, ob es wirklich notwendig ist. Ich teste daher verschiedene Getreideerzeugnisse. Den Klassiker Bio-Roggen-Vollkornmehl und ein ganz billiges, konventionelles Weizenmehl 405, das in den meisten Haushalten vorhanden sein sollte. Was viele auch zu Hause haben, sind Haferflocken. Ich nehme hier zarte Bio-Haferflocken. Ich habe gehört, damit ließe sich auch ein super Sauerteig ansetzen. Schauen wir mal. Außerdem wollte ich noch etwas Besonderes testen und habe deswegen auch einen glutenfreien Sauerteig angesetzt. Dazu habe ich Quinoa-Mehl genommen. Quinoa ganz einfach deswegen, weil ich die Jungs von Mutter Natur auf einer Messe kennengelernt habe und ich finde, dass in Deutschland angebauter Quinoa schon eine ziemlich coole Sache ist. Wen das interessiert, dem habe ich einen Link zu Mutter Natur in die Videobeschreibung gepackt. Dieses Video ist nicht gesponsert, aber die Jungs haben mir freundlicherweise ein Säckchen ihres Mehl zukommen lassen. Andere Methoden beinhalten Joghurt, Fruchtsäfte oder ganz wilde Vorgehensweisen. Wenn dich davon was interessiert, dann schreib mir gerne einen Kommentar und ich werde mir das Ganze nochmal anschauen. Regel Nummer 2. Man muss immer ein neues Glas nehmen und penibel sauber arbeiten, da sonst alles schimmeln wird. Meiner Erfahrung nach machen sich die meisten Leute zu viele Gedanken um eine Fremdkeimung, also eine Kontamination mit ungewollten Mikroben. Meine Theorie ist, dass sich die Sauerteigkultur so sehr im Teig wohlfühlt, dass sie den Wettstreit mit ungewollten Keimen und dem nervigen Schimmel stets gewinnt. Ich werde daher immer im gleichen Glas füttern, nicht besonders auf Sauberkeit achten und beobachten, ob es tatsächlich schimmelt oder alles gar kein Problem ist. Sauerteig-Regel Nummer 3. Der Sauerteig muss zu jeder Zeit so warm wie möglich stehen. Aktuell ist es Winter bei mir und ich habe kuschelige 18 Grad in der Wohnung. Ich werde den Teig nur mit warmem Wasser ansetzen und dann nicht weiter wärmen, um auf die Probe zu stellen, ob auch bei dieser geringen Temperatur eine gute Sauerteigkultur entstehen kann. Und das 4. Sauerteig-Gesetz. Man muss den Sauerteig jeden Tag, am besten alle 12 Stunden füttern und damit auffrischen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Gerade am Anfang wird es ewig dauern, bis die Sauerteigkultur ausreichend vermehrt ist. Erst wenn ich sehe, dass der Teig deutlich aufgegangen ist oder ich rieche, dass er sich in eine schlechte Richtung entwickelt, werde ich erneut mit Mehl und Wasser füttern. Ich muss natürlich ganz klar sagen, dass das kein wissenschaftliches Experiment ist. Es ist vielmehr eine Challenge für mich, in der ich ein paar Erfahrungen sammeln möchte und schauen möchte, ob ich es trotzdem schaffe, einen guten Sauerteig anzusetzen. Los geht's! Meine Vermutung ist, dass das Roggenmehl definitiv funktioniert und gut funktionieren wird. Bei dem Weizenmehl bin ich mir ziemlich sicher, dass es schwierig wird. Haferflocken habe ich persönlich noch nie getestet, gehe ich aber davon aus, dass es klappt. Und beim Quinoa-Mehl habe ich keine Ahnung, habe ich noch nie von gehört, dass da jemand mal ein Anstellgut draus gemacht hat. Ich vermute, es wird klappen, weil es sich hier um ein Vollkorn handelt. Warum zwei verschiedene Weizenmehl 405? Ja, wie schon gesagt, ich halte es für schwierig und beim Anstellgut ist es ja so, dass es deswegen keine Pathogene beinhaltet, weil der pH-Wert irgendwann so weit abgesenkt ist, dass quasi nur noch die Hefen- und Milchsäurebakterien da drin überleben oder sich zumindest fortpflanzen können. Meine Hypothese ist jetzt also, wenn ich das Weizenmehl, dieses helle Weißmehl, mit Essig auf einen niedrigeren pH-Wert bringe, von Anfang an, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich da ein Schimmel ausbilden kann oder irgendwelche Bakterien sich ausbilden, die man nicht haben will. Ich verwende ganz normales Leitungswasser, das hat hier so ungefähr 45 Grad. Na gut, steht eine Weile jetzt vielleicht 40 Grad. Ich will, dass es von Anfang an ein bisschen Wärme reinkriegt. Ich habe jetzt hier 50 Gramm Mehl jeweils und ich werde 75 Gramm Wasser drauf geben, einfach um ein bisschen mehr Feuchtigkeit zu haben, weil ich vermute, dass mehr Feuchtigkeit den Hefen- und Milchsäurebakterien helfen wird, sich in diesem Gemisch auszubreiten. Gucken wir mal, ich will, dass es etwas flüssiger wird, kann sein, dass ich noch mehr Wasser zugeben muss. Hier beim Roggenmehl, das ist eine ziemlich breiige Konsistenz, flüssiger auf jeden Fall, als was normal wäre. So, das war also jetzt der mit Essig drin, gekennzeichnet, plus E. Ja, ich denke, das passt ungefähr von der Konsistenz, es ist sehr flüssig. Das sind jetzt 90 Gramm Wasser auf 50 Gramm, aber schon. Hier das Quinoa, ich finde es hat einen extrem interessanten Geruch, so ganz nussig, aber auch irgendwie fast butterig. Also, vielleicht bilde ich mir das auch ein. Es riecht auf jeden Fall geil, ich bin sehr gespannt, ob das Anstellgut damit funktionieren wird. So, es ist 48 Stunden her, seitdem ich die Sauerteige, beziehungsweise die Anstellgute angesetzt habe. Und in der Zwischenzeit habe ich die mehr oder weniger einfach in die Ecke gestellt und gewartet. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sie sich entwickelt haben und vor allen Dingen auch, wie sich der pH-Wert entwickelt hat. Optisch sind die beiden sehr ähnlich, mit einem relativ typischen Flüssigkeitsfilm auf der Oberfläche. So, erstmal schön kalibrieren, wie sich das gehört. Eine kleinere Zahl beim pH zeigt uns, dass der mit Essig angesetzte Teig natürlich deutlich saurer ist. Ja, der 405er hier, der riecht noch fast nach gar nichts. Also, sehr, sehr geringes Aroma, das würde ich auch eher mal als schlechtes Zeichen werten, denn ein reifer Sauerteig, der hat schon einen intensiven Geruch nach Essigaromen, nach Milchsäurearomen, ähnlich wie Joghurt beispielsweise oder eben fruchtige Aromen. Und hier keine Aromen sagt für mich, dass er noch nicht so weit ist. Weiter geht es mit dem Roggensauerteig und der sieht hier schon deutlich mehr nach Sauerteig aus, weil er ganz klar typische Blasen gebildet hat. Und obendrauf schwimmt hier geradezu ein Schaum. So, pH-Wert. 3,7, das wäre also theoretisch schon in Ordnung. Das Aroma gefällt mir aber noch nicht, deswegen würde ich ihn noch nicht verwenden. So, weiter geht es mit dem Quinoa. Ja, so gut wie nichts hat sich hier getan. Ja, der Geruch ist nicht sehr angenehm, aber jetzt auch nicht fürchterlich beißend. Auf gar keinen Fall fertig, würde ich schätzen. Schauen wir mal, was der pH-Wert sagt. Sagen wir mal ungefähr 5,3. Das reicht auch auf gar keinen Fall aus. Und jetzt der Hafer. Und da muss ich sagen, bin ich schon recht erstaunt, denn der hat sich hier wirklich schon ziemlich gut entwickelt. Also relativ viele Blasen. Ich bin gespannt auf Geruch und pH-Wert. Schauen wir mal von oben. Ja, ich habe hier deutlich mehr Wasser auch zugegeben, weil mir klar war, dass der Hafer sehr, sehr viel Wasser bindet. Und der ist auch wirklich sehr, sehr pastös. Also lang nicht so flüssig wie die anderen Teige. Oha, ganz interessanter Geruch. Fruchtig, angenehmer Geruch. Aber noch keine Aromen, die man mit einer Säure in Verbindung bringt. Also schätze ich, dass auch hier der pH-Wert noch nicht tief genug sein wird. Ja, der ist also auch noch gar keinen Fall soweit. Gut, ich werde jetzt alle Sauerteige, die noch keinen ausreichend niedrigen pH-Wert haben, einfach stehen lassen und warten, bis sie eben sauer genug sind. Die, die den pH-Wert unterschritten haben, werde ich neu auffrischen, um neues Futter beizumischen. So, die einzigen Sauerteige, die jetzt unter einem pH von 4 waren, war der Roggen. Der sah ja auch schon sehr aktiv aus mit den ganzen Blasen. Ich schätze, dass der auch schon wieder angefangen hat, zusammenzufallen. Wie dem auch sei, den werden wir jetzt neu auffrischen. Wichtig ist, dass wir hier einmal mindestens den gesamten Sauerteig entfernen und nochmal neu ansetzen, weil wir einfach nicht genau wissen, was war hier vorher drin an Bakterien, haben die eventuell Toxinen gebildet, etc. Man soll das eigentlich sogar mehrfach machen, mindestens fünfmal. Ich sage, man muss es mindestens einmal machen, je häufiger, desto sicherer kann man sich sein. Aber natürlich kann einem hier niemand eine Gewährleistung geben. Deswegen hier die Abfallschüssel. Man kann diesen Abfall nutzen, zum Beispiel, um den Kompost damit aufzubessern. Man kann ihn aber auch einfach entsorgen. So viel ist es ja nicht. Vielfach wird empfohlen, hier das Glas zu tauschen. Man sieht schon, man kriegt das gar nicht so hundertprozentig sauber. Hier bleiben immer kleinere Reste am Glas zurück, wenn man das jetzt nicht auswäscht. Ich will aber zeigen, dass das eigentlich nicht notwendig ist, denn auch diese Reste, die hier am Glas bleiben, die setzen auf jeden Fall keinen Schimmel an, erfahrungsgemäß. Jetzt habe ich hier nur noch solche Überbleibsel im Glas drin. Das ist also ausreichend, um hiermit die nächste Stufe anzusetzen. Und so haben wir halt auch nur noch eine ganz geringe Menge des ursprünglichen Materials hier drin. Silikonlöffel sind relativ gute Überträger von Sauerteig. Deswegen habe ich den hier zwischenzeitlich nochmal mit Spülmittel sauber gemacht, in der Hoffnung, dass ich jetzt von dem Roggensauerteig keine Sauerteigkulturen in den Weizensauerteig überführe. Ganz vermeiden kann ich es aber wahrscheinlich nicht, allein dadurch, dass hier Bakterien auch in der Luft sein werden. Bei dem Weizen, der mit Essig angesetzt wurde, das gleiche. Auch der hatte ja einen pH-Wert unter 4. Auch hier versuche ich wieder, dass nur kleine Mengen im Glas zurückbleiben. Ja, schätzungsweise so ein Gramm oder was. Der Sauerteig hier mit Weizen, der mit Essig angesetzt wurde, wird zuerst aufgefrischt. Ich habe hier ganz normales Leitungswasser. Das hat ungefähr 45 Grad. So ganz genau muss man es nicht abwiegen. Ich versuche jetzt hier ungefähr gleiche Mengen Mehl und Wasser wieder zuzugeben. Und das gleiche beim Roggen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das muss keine exakte Wissenschaft sein. Ich versuche eben ungefähr gleiche Mengen hier zuzugeben. So, dann wird das Ganze schlicht verrührt. So ungefähr. Ich gehe jetzt her und versuche das Ganze ein bisschen sauber zu machen, aber wie gesagt, nicht übertrieben. Jetzt wird der Weizen gemischt. Ich habe jetzt hier übrigens kein Essig mehr zugegeben, da die Theorie ist, dass die Selektion im ersten Schritt schon passiert ist. Je mehr Luft wir hier reinarbeiten, desto besser. Aber wirklich viel Mühe muss man sich hier nicht geben. So, jetzt ein nützlicher, kleiner und sehr gut etablierter Trick ist, dass man einfach ein Haushaltsgummi nimmt und das hier über das Glas zieht. Dann ungefähr so positioniert. Ja, das ist hier sehr flüssig, deswegen ist das gar nicht so einfach und gleichzeitig in die Kamera zu zeigen. Aber dass man ungefähr den Füllstand markiert nach der Fütterung. Wenn der Teig dann an Volumen gewinnt, kann man gut abmessen, um wie viel Prozent er sich ungefähr vermehrt hat. Der Roggenteig ist etwas fester, der fließt nicht gleich so weg. Zehn Tage lang habe ich die Teige beobachtet und dabei jedes Mal drei Punkte untersucht. Erstens eine optische Kontrolle, wie weit ist der Teig aufgegangen, haben sich schon Blasen gebildet, ist Schimmel sichtbar etc. Zweitens eine Kontrolle des Geruchs. Ich habe schon viele Sauerteige gehabt und weiß deswegen, wie sie riechen sollten. Das ist zugegebenermaßen recht unterschiedlich. Wichtig sind für mich besonders Aromen, die ich mit Säure in Verbindung bringe. Die sauren Teige haben für gewöhnlich Essig, fruchtige oder Joghurtaromen. Drittens eine pH-Wertmessung, also eine Bestimmung, wie sauer in Anführungszeichen der Teig ist. Im Allgemeinen sagt man, dass ein Sauerteig ab dem Zeitpunkt, ab dem er das erste Mal unter einem pH von 4,2 fällt, mehr oder weniger sicher zum Verzehr ist, da ungewünschte Keime in diesem Medium nicht mehr überleben. In diesem Zusammenhang möchte ich herausfinden, ob der Geruch als Indikator ausreicht oder ob uns dieser auch eine falsche Sicherheit vorgaukeln kann. Am Ende werde ich Brötchen mit dem Sauerteig ansetzen, um den Effekt auf das Endergebnis zu sehen. Ich erspare dir jetzt einfach mal die 2 Stunden Videomaterial, die ich dabei aufgenommen habe und will jetzt nur auf die Besonderheiten und das Endergebnis eingehen. Das ist natürlich extrem stark verkürzt. Ich kann hier nicht auf alles eingehen. Wenn dich aber zum Versuch noch was im Speziellen interessiert, schreib es mir in die Kommentare, dann kann ich dir dort nochmal eine Antwort geben. Der Sauerteigansatz aus dem Weizenmehl Type 405 hat 3 Tage gebraucht, um sauer genug für die erste Auffrischung zu werden. Das konnte ich aber nicht am Volumen und auch nicht am Geruch ablesen, sondern nur mit dem pH-Meter, also sehr, sehr unpraktisch. Ab dem 4. Tag war der Teig dann so weit, dass er innerhalb von 24 Stunden jedes Mal zuverlässig wieder unter einem pH-Wert von 4 war. Nach wie vor gab es aber keinen nennenswerten Volumen zu wachs. Auch der Versuch, einen festen Sauerteig anzusetzen, änderte daran nichts. Der Teig wurde sauer, aber nicht luftig und auch der Geruch war nicht wie gewohnt. Der Sauerteig aus dem konventionellen Weizenmehl hat von Anfang an kein besonders gutes Aroma gehabt. Dieser Geruch von billigem Mehl hat sich in den Sauerteig übertragen und hat sich auch bis zum Ende nicht verbessert. Insgesamt blieb der Sauerteig extrem träge. Erst am 10. Tag war eine ausreichende Volumenzunahme zu beobachten und diese hat auch nach wie vor über 12 Stunden gebraucht. Damit kann ich Weizenmehl-Type 405 nicht zum Ansatz eines Sauerteiges empfehlen. Er gibt einfach nicht genug Feedback, wann er aufzufrischen ist und der Teig hat auch bezüglich Aroma und Geschwindigkeit keine gute Qualität. Der Teig, welcher zu Beginn mit Essig angesetzt wurde, war dazu sehr vergleichbar. Der Essig hat hier weder einen positiven noch einen negativen Effekt gehabt, wenn auch der Teig von Anfang an sauer genug war, um eine Fremdkeimung zu hemmen. Eventuell war er ein klein wenig besser im Aroma, aber ich würde nicht sagen, dass es sich wirklich gelohnt hätte. Der Sauerteig aus Roggenvollkornmehl war mit Abstand am schnellsten in der Entwicklung. Schon an Tag 2 war die Säure ausreichend und eine klare Aktivität erkennbar. Leider hatte sich bis zuletzt kein angenehmes Aroma entwickelt, was sich auf die kalten Temperaturen zurückführe. Auch in der Geschwindigkeit ist der Sauerteig bis zuletzt deutlich schlechter geblieben als mein etablierter Sauerteig. An Tag 4 habe ich das Füttern ausgesetzt, um zu testen, ob sich das Aroma verändert. Der hungernde Teig hat dadurch direkt Karmhefen angesetzt. Ein gutes Beispiel, denn das hier gezeigte ist kein Schimmel und ging durch das Auffrischen sofort wieder weg. Bei einem Probebacken hatte der Teig nicht genug Triebkraft und das schlechte Aroma hat sich leider auch in das Brot übertragen. Ich folgere also, dass die Temperatur hier definitiv zu niedrig war. Ich will nicht ausschließen, dass die Kultur nach 2 oder 3 Wochen täglicher Fütterung sich besser ausgebildet hätte, aber das will ich nicht empfehlen. Es gibt definitiv bessere Wege. Interessant ist, dass ich es in der Woche zuvor schon mal mit einem mit Essig angesetzten Sauerteig aus Roggenvollkornmehl probiert hatte, der sich besser entwickelt hat. Ob das Zufall war oder kalter Sauerteig aus Roggenvollkornmehl sich mit Essig besser entwickelt, kann ich leider nicht sagen. Das Quinoa-Anstellgut war definitiv der am wenigsten aktive von den 5 Getesteten. Erst am fünften Tag und nach insgesamt 2 Auffrischungen war der Teig zum ersten Mal sauer genug. Jedoch weder vom Aroma noch vom Volumen hätte ich dies direkt ablesen können. Der Teig blieb bis zuletzt relativ langsam in der Aktivität und eine Volumenzunahme war von außen kaum zu beobachten. Eine Versäuerung schafft der Quinoa-Sauerteig aber durchaus und die Aromen sind sehr außergewöhnlich. Nicht direkt mein Geschmack, aber auch nicht abstoßend. Damit sehe ich es als bewiesen an, dass man einen Sauerteig mit Quinoa ansetzen kann. Da ich vermutete, dass der Quinoa-Sauerteig nur kein Gas halten konnte, wollte ich mal testen, wie sich das Mehl schlägt, wenn man es wie Roggenmehl verarbeitet. Das Testbrot ist gehörig gescheitert. Das lag aber vor allen Dingen an meinem ignoranten, oder besser gesagt nicht vorhandenen Rezept und mangelnder Erfahrung mit glutenfreiem Backen. Das werde ich, denke ich, an anderer Stelle nochmal probieren. Die Haferflocken. Ja, die Haferflocken haben mich wirklich auf Trab gehalten. Gleich zu Beginn sah das Volumen zwar richtig gut aus und auch das Aroma war angenehm, fruchtig, fast schon blumig. Allerdings gab es bis zuletzt keine sauren Aromen und das hat auch das pH-Meter bestätigt. In den 10 Tagen wurde ein pH-Wert von 4,4 nie unterschritten. Ich bin auf jeden Fall neugierig geworden, was einen Hafer-Sauerteig angeht, kann aber definitiv nicht empfehlen, auf diesem Wege einen solchen anzusetzen. Im Anschluss habe ich nochmal den Hafer mit einem Weizensauerteig geimpft und siehe da, er wurde relativ schnell ausreichend sauer. Ich werde auf jeden Fall alle diese vier Sauerteige jetzt nochmal auffrischen, dabei auf ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 5 achten, das heißt gleiche Teile Mehl und Wasser. Das mal voll aufgehen lassen, die Zeit stoppen, ich denke, ich werde ein Timelapse machen und wahrscheinlich Brötchen von ansetzen und schauen, wie sich das in einem richtigen Teig dann ergibt. Der klare Sieger des Rennens ist der Roggensauerteig. Er hat sich innerhalb von 10 Stunden verdoppelt. Erst nach 20 Stunden waren die anderen Teige sichtbar aktiv. Die Brötchen habe ich der Einfachheit halber mit je 25 Gramm Anstellgut, 38 Gramm backstarkem Weizenmehl Type 550 und 20 Gramm Wasser angesetzt. Zugegeben, die Brötchen sind alle nicht so toll geworden, mitunter, weil ich die Gare nicht ideal abgepasst habe. Gut, wann setzt man auch mal Teig für ein einzelnes Brötchen an? Das Brötchen mit Haferteig ist fast gar nicht aufgegangen und damit unbrauchbar. Das Brötchen mit Roggensauerteig war sogar noch deutlich schneller als antizipiert und wäre mit etwas mehr Wasser im Teig durchaus gut geworden. Und sogar die beiden Weizensauerteige haben auch ganz passable Volumenzunahmen bewirkt, woran ich ableite, dass die etwas höhere Type alles war, was dem Teig gefehlt hatte. Fazit Ich muss ganz klar zugeben, die althergebrachten Regeln haben teilweise ihre Berechtigung und ich war ein kleines bisschen zu vorlaut. Aber, mal ehrlich, nur der Versuch bringt Gewissheit. Ja, ich werde weiterhin Roggenvollkornmehl empfehlen, um einen Sauerteig anzusetzen. Damit geht es am einfachsten und am schnellsten und meiner Erfahrung nach auch am zuverlässigsten. Auch wenn man einen Weizensauerteig erhalten will, kann man ganz einfach einen Roggensauerteig zu einem Weizensauerteig umzüchten. Alles, was man dafür tun muss, ist den Roggensauerteig nur noch mit Weizenmehl zu füttern. Möchte man von Anfang an einen Weizensauerteig ansetzen, sollte man auf Vollkornmehl zurückgreifen und kann dann bei den nächsten Fütterungen auf ein 5,50 Mehl umsteigen. Das ist am Anfang etwas träger, wird aber nach ein paar Auffrischungen dann schneller werden. Biomehl scheint ehrlicherweise für den Ansatz eines Sauerteigs keinen Unterschied zu machen. Aber mal ehrlich, gönnt euch selbst lieber das Biomehl. Ja, wer hätte es gedacht, 18 Grad sind wirklich nicht optimal, um einen Sauerteig anzusetzen. Ich habe damit gerechnet, dass es nur erheblich viel länger dauern wird. Was ich allerdings nicht dachte, ist, dass auch das Aroma ganz ungewohnt und überhaupt nicht angenehm sein würde. Um auch im Winter bequem über 25 Grad zu kommen, habe ich von einem richtig coolen Trick gehört. Das werde ich gleich im Anschluss testen und dazu demnächst nochmal ein Video machen. Scheinbar hatte ich nicht mit allen Punkten Unrecht. Jedes Mal ein frisches Glas zu nehmen, scheint nichts zu bringen. Obwohl ich ja absichtlich sehr unsauber gearbeitet habe, haben sich augenscheinlich keine Nachteile ergeben. Mein Sauerteig ist nicht geschimmelt und überall hat sich ja doch irgendwann ein Sauerteig ausgebildet. Jedes Mal im gleichen Glas zu füttern, spart aber enorm viel Zeit. Ich denke, für die Hygiene des Sauerteiges ist es viel wichtiger, dass der Teig nicht zu lange hungert und insbesondere nicht zu heiß steht. Jeden Tag zu füttern, scheint manchmal zu stimmen und manchmal nicht. Gerade am Anfang würde ich empfehlen, den Teig so lange stehen zu lassen, bis sich die ersten Blasen gebildet haben oder 48 Stunden. Danach scheint es aber durchaus Sinn zu haben, jeden Tag zu füttern, denn alle Sauerteige, die ich hier beobachtet habe, sind innerhalb von 24 Stunden wieder in eine Inaktivität gefallen. Zu den Phasen der Sauerteigentwicklung kommt demnächst ein Video auf diesem Kanal. Also gerne abonnieren. Bei wärmeren Temperaturen scheint es mir sogar sinnvoll zu sein, zweimal am Tag zu füttern. Muss man nicht, aber es beschleunigt den Prozess. Ich habe auf jeden Fall ein klein bisschen was gelernt. Ich hoffe, es ging dir genauso und vielleicht hatte ich sogar eine Idee, die den ganzen Prozess noch ein ganzes Stück einfacher machen kann. Schreib mir gerne einen Kommentar, wenn es noch andere Vorgehensweisen gibt, die dich interessieren oder die du für besonders gut hältst. Es gibt dir ja noch zig Möglichkeiten. Gerade der italienische Weg des Liveto Madre scheint dir für manche geradezu heilig zu sein. Der Hafer-Sauerteig riecht nach Honig. Ich mag Honig. Vielen Dank.